Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, mein Freund wünscht sich ja zum Geburtstag einen Tandemsprung. Zu teuer? Ja klar, das Fahrrad geht doch dabei garantiert kaputt. Wenn der Klügere nachgibt, solltest du dich nie gegen eine Wand lehnen. Was denn? Das heißt Tandemsprung, weil man an einem Profispringer festgetackert wird und ohne Vorkenntnisse das genießen kann, was ich da in Benzinpreisen auch mal gönnen würde. Hä? Den freien Fall. Nein, nein. Einmal die Vier und die DVD der letzten Staffel von Ein Fall für Zwei. Momentchen mal bitte. Stefan, dir würde ich ja auch gern mal den Fallschirm packen. Moment. Ach, das nützt ja nichts. Wieso? Du hast ja in deinem bisherigen Leben auch nicht den Absprung geschafft. Also den höchsten Fallschirmsprung hat übrigens Felix Baumgartner absolviert und zwar aus 39 Kilometern Höhe. So schwer kann das ja nicht sein, man muss sich ja nur fallen lassen. Für dich ist das trotzdem nichts. Wieso? Du hast zwar ein sprunghaftes Wesen und man muss dafür abgehoben sein, aber ich habe Zweifel, dass du den Boden triffst. Nach 398 Euro sammeln Sie Red Bull Punkte, haben Sie eine Tui-Flycard oder sind Sie im Axel Springer Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Immer morgens bei Hitradio FFH. .